Da sind wir wieder, herzlich willkommen zurück bei Operator 112 und schon vorab mal die Ankündigung, das wird jetzt die letzte reguläre Folge sein, die ich von dem Spiel hier zeige, aber ich glaube, dass ich das Ganze dann im Let's Play, also mit Livestreams, noch ein bisschen fortführen werde. Die kommen dann aber nicht regelmäßig, sondern halt unregelmäßig und dementsprechend kann es sein, dass wir oder ihr für ein paar Tage, Wochen dann keinen 112 Operator mehr zu sehen bekommt. Das ist nun mal schon vorneweg. Dann starten wir mal den Tag. So, ich halte direkt an. Wie stelle ich denn jetzt diese Wasserdinger her? Also hier brennt es auf jeden Fall schon mal direkt. Trotzdem die Frage, wie stelle ich Wasserdinger her? Also, wie, wie sind die? Wasser? Wasser, Wasser? Wasser, Wasser. Irgendwas mit Wasser. Suche nach der Quelle des Rauchs. Joa, können wir auch einen Leiterwagen hinschicken, der hat ja einen guten Ausblick eigentlich. Ich habe einen Begriff für den Feuerwerk. Gefangenen im Fahrstuhl, haben wir hier einen technischen Notdienst. Zack, Mann, ich muss das Ding hier wieder anschalten. Äh, was ist das hier? Verstechungsversuch. Da brauchen wir keine groben Kräfte. Keine neuen Nachrichten. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, die Übersicht zu behalten, muss ich zugeben. Weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ähm, ist hier los? Kein Strom. Wir müssen es mal grob zumindest ablöschen. Ja, I'm on my way. I'm flying. Hals parken. Da können auch mal die Pferde hinreiten. Shit, Alter, ich hoffe nicht, dass das in die Luft fliegt. Okay, das schaffe ich nicht. Feuere in einem Hochhaus, oh Gott, Alter, Shit. Wie gesagt, das hier könnte böse jetzt gleich enden. Ja, ja, ein Coming. Da ist noch ein Feueralarm. Alter, jetzt kommen überall Feueralarme. Okay, so, Ereignis. Ah, Wasservorhang. Dammit. Zwei Stück? Wo ist das andere Ereignis? Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier geht da hin. Die sind alle im Einsatz. Das ist super. Könnt ihr da hin? Ihr geht da hin. Ihr geht da hin. Ihr geht da oben hin. Ach, Quatsch. Du sollst da nicht hin. Okay, Schutzverletzung. Da können wir mal den Helikopter hinschicken. Wobei ich bei einer Schussverletzung auch die Polizei hinschicken würde, aber okay. Gefälschter Ausweis. Den Anruf hatten wir aber schon mal, oder? Okay, hier brauchen wir schon wieder mehr Raza. Okay, hier brauchen wir schon wieder mehr Raza. Okay, du musst auf jeden Fall in die Stadt reinkommen. Okay, dann geht ihr auf jeden Fall da hin. Gebäude Brand. Und, äh... So, die haben wir, die haben wir, die haben wir, die haben wir. Ja, da müssen wir weiter löschen. Aber unser Löschfahrzeug ist noch gut im Einsatz. Der ist auf jeden Fall auch schon mal fertig. Dann kommst du bitte sofort hier hin. Okay, Ereignis. Da unten. Wasservorhang. Äh, Dicker? So, da können wir den Technik- oder den Sonderfahrzeug hinschicken. Wir brauchen mehr Wasser. Gehen wir zum Inzidenz. Der Wasserfall ist öffnet. Sir, wir können es nicht tun. Bereit für den nächsten Fall. Wir sind fertig. Bereit für Aktion. Wir können da jetzt gehen. Wieso denn negativ... Achso, okay, ihr seid fertig. Alles klar. Äh, Hyko... Operator? Auf mein Weg. Schock. Messerangriff. Okay, die haben wir auch. Hier kommt man ein bisschen näher in die Stadt wieder. Ihr macht falsch parken. So, ihr seid tatsächlich alles noch frei. Äh, Radfahrer von Auto erfasst. So, Löschfahrzeug. Kommt auf jeden Fall mal in die Mitte wieder. So, ihr löscht jetzt endlich dieses blöde Feuer. Dann haben wir hier Feuer an der Tankstelle. Roger, 21. Operator? Geht an das Inzidenz. Ich bin Hubschrauber da. Okay, das wurde erledigt. All right, ich brauche dich in der Tankstelle. Lade die Stahl, geht ihr hin? Wasservorhang? 112, was ist deine Erkrankung? Hallo, wir brauchen einen Doktor. Hatten wir doch auch schon mal. Was ist die Erkrankung? Wir sind in der Schule. Sehr gut. Hallo? Ja, ja, sorry, sorry, sorry. Nicht tun was. Ich bin sorry, wenn du willst. Okay, danke. Das ist natürlich Quatsch, weil die Polizei muss wir auch mitschicken. Daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Oh Gott, endlich. So, der technische Dienst, auch wenn er kein Wasser hat, geht trotzdem mal kurz da hin. Katze im Baum. Okay, ihr geht da hin. Was ist das? Autounfall. Okay, ihr seid da, ihr seid da. Sehr gut, den Fall haben wir gelöst. Betrunkener Fahrer. Muss nicht, das Moped, da. Case solved, sehr gut. Da brauchen wir einen Transporter. Den bringen wir aber. Watt gebrochen, aber watt? Ich brauche noch ein Knöchel. Der Hubschrauber kann auch mal wieder in die Mitte kommen. Uh, Drogenschmuggel. Ähm. Gott, wo ist denn hier dieses Sondereinsatz-Ding? Okay, so, machen wir. Wo wird die Feuerwehr benötigt? Okay, Schlag-Anfall. Okay, da können wir ihn gleich mal hinschicken. Egal, zum Glück in der Luft. Ah, Wasservorhang. Kannst du machen. Betrunkener Fahrer. Passt. Raserei. Okay, sehr gut. Das haben wir. Das passt, das passt, das passt. Katze im Baum, Alter. So, du holst den zweiten noch. Kaputte Ampel. Aha. Das ist 112, wie kann ich dir helfen? Okay. Oh, Herr, bitte, 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 bitte. Was? Okay, was ist die Anreise? Es ist leer, bitte, bitte. Oh, jetzt ist das Schaden irgendwo hier hinten. Oh. Was ist jemand in der Gefahr? Was? Nein! Du musst mir erzählen, was passiert, Herr. Der Mann! Er war schnau ein Smartphone! Okay. Ich schreibe eine Polizei. Aber ich kann ihn nicht mehr lange halten. Geh ihn runter, Herr, aber benutze so wenig Kraft wie möglich. Oh, ich... Ich kann es versuchen. Wie soll ich ihn da halten? Äh, wie soll ich ihn am Boden halten? Use your arms. Okay. Ach so! Nee, ihr sollt seine Knie! Aufknien! Jetzt warte ich für die Polizei. Ich habe eine Knie. Geh hier schnell! Okay, okay, okay. Polizeitransport. So, da geht ein Sanitäter hin. So, Polizei. Ja, das reicht. So, Unfall auf einer Baustelle und Kampf zwischen... Oh Gott, Alter, Kampf zwischen Straßengangs. Ihr seid on the way. Ihr geht erst mal da hin. So, ich hoffe, dass ich jetzt alles habe. Zwischen Straßengangs. Wasservorhang. Mülltonnenbrand. Äh, öh. Egal, wie schnell die Reaktionszeit, okay. Messerangriff. Da geht ihr hin. Oh, jetzt weiß ich nicht, ob ich hier was hingeschickt habe. Wie geht da hin? Wie geht ihr da hin? Ich stehe dich da wie dran. We are done here. Case resolved. We need an Ambulance here. Ready for action. Ready for action. Da schicken wir jetzt einfach mal den hin. We are done here. Suche nach irgendwas. We are done here. On my way. Point towards Road 11. So, ihr habt gott nichts zu tun, ne? Also, nichts zu tun in Anführungsstrichen. Okay, falsch, ja, gut, okay, falsch parken, aber ist egal. Okay, sehr gut, haben wir. Ist die Egelrad vorbei, ne? Ah, 12 Sekunden noch. Okay, da hat sich einer verbrannt. Mülltonnenbrand. Okay, dann machen wir es mal so rum. Okay, haben wir, haben wir, haben wir. Da fehlt noch ein Feuerwehrauto. Damit nur überhaupt an die Leute rankommt. Sehr gut. Was ist hier unten noch los? Okay, sehr gut. Könnten wir fast wieder 100% haben, ne? Ah, okay. Ja doch, 100%, super. Alter, 98.000. Belohnung 50.000, weil wir, glaube ich, diese Wasservorhänge gemacht haben für die Bevölkerung. Okay, wurden wieder fast alle Feuerwehrleute befördert, supergeil. Ich weiß nicht, warum nur die Feuerwehrleute immer befördert werden, aber okay. So, Ziele. Gut, haben wir ehrlich gesagt keine weiteren Ziele? Heat Warning. Osten. Wind. Nine mile, äh, meter per second. E-Mail. Aussehen des Armbrustkillers. Oh, eine Frau mit, eine Frau mittelgroß, mittlere Größe und Körpergewicht. Das letzte Mal in einer schwarzen Kapuze gesehen. Ihre Waffe ist eine Armbrust. Wissen wir. Neue Ausrüstung. Polizeiausrüstung für Suchaktionen. Feuerwehr für Suchaktionen und Suchen und Retten. Okay. Und hohe Brandgefahr. Die Hitzewelle wird schlimmer. Die Bäume und das Gras trocknen aus. Wir müssen im Auge behalten, dass jederzeit ein großes Feuer entfacht. Wir müssen im Auge behalten, dass jederzeit ein großes Feuer entfachen und sich sehr schnell ausbreiten könnte. Treffen Sie bitte alle nötigen Vorbereitungen. Gegen solche Brände, großen Brände sind die großen Feuerwehrautos am effektivsten, da sie dank ihrer großen Wassertanks nicht so oft zurückfahren müssen. Alles klar? Das allerdings dann, wie gesagt, nicht mehr in Episodenform, sondern dann im nächsten Livestream. Und bis hierhin sage ich erstmal vielen Dank fürs Dabeisein bei 112 Operator. Hoffe, das Spiel hat euch erstmal gefallen. Ist erstmal nur ein kleiner Eindruck. Aber, wie gesagt, werden wir definitiv weiter verfolgen, dieses schöne Spielchen hier. Und bis dahin hoffe ich, bleibt ihr mir gewogen. Und wir sehen uns dann im Livestream oder auf anderen Let's Plays wieder. Würde mich freuen. Bis dahin, meine Lieben. Haut rein. Ciao. Tschüss. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.